Hallo Leute, da bin ich wieder. Ich habe was Neues für euch und zwar so ein schönes Smartwatch Oiketel. So wird das glaube ich ausgesprochen. BT10, die habe ich mir auch schon direkt dran gemacht. Beim Unboxing seid ihr natürlich mit dabei und zum Schluss melde ich mich auch nochmal mit ein paar extra Details von dieser Uhr. Bleibt dran nach dem Intro. Wir machen mal das Unboxing. Mal gucken, was hier so alles drin ist. Erstmal die Öffnung finden. So, mal gucken, was hier so alles drin ist. So rum. So sieht das Teil aus, was da drin ist. Hier unten drunter habe ich schon direkt gesehen. Kann man sich runterladen, weil der muss dann ja auch irgendwie eine App haben, wo er mit bedient wird. So, das legen wir mal alles zur Seite. Ich habe mir das ein bisschen kleiner vorgestellt, aber der ist doch schon richtig groß, wenn man jetzt hier so überlegt. Im Prinzip so groß wie der hier. Flach, auch nicht gleiche. Also brauche ich gar keine, kann ich mich direkt dran gewöhnen. Was ist hier alles noch mit drin? Nicht allzu viel, die Armbänder, ein Armband und das Ladegerät. Allerdings ist das ein C, ne der hat ein C sag ich schon. Der hat hier so ganz normal extra für den wohl gemacht. Der kommt wohl hier so dran mit Magnet. Und aber kein Ladegerät in dem Sinne. Ja, einfach nur einen USB-Anschluss. So, dann nehmen wir uns den jetzt mal unter die Lupe. Wir bauen jetzt mal die Uhr zusammen, sodass wir den gleich auch alles testen können. Vorher lesen wir natürlich hier diese Broschüre. Ist zwar alles auch klein, aber wie gesagt, man kommt da auch sehr wahrscheinlich auch ohne durch. Aber es ist alles auch in Bildern dargestellt. Kann man sich eigentlich mit vertraut machen. Wichtig ist dann nachher, diese QR-Codes, wenn ihr iOS habt, iOS. Ansonsten Android vom Play Store runterladen. So, dann schauen wir uns das Teil mal an. Am besten erst mal die, ja, die geht hier schon so nicht raus. Mal gucken. Ah, der geht hier direkt raus. Die Dinger, die fallen wohl nicht von alleine raus. Hier diese Pins, die sind da drin. Die werden dann einfach nachher hier reingetan. Anschlusskabel haben wir jetzt dann ja auch. Wunderbar. Ich weiß gar nicht, ob es geladen ist. Mal gucken, wo wir den Power. Das können wir nachher abmachen. Mal gucken, ob der schon vorgeladen ist. Nein, doch, hat sich vibriert. Ah, hier kann man schon direkt auf Englisch, Japanisch, Deutsch, alles so. Also, ich mache mich mal damit vertraut und stelle alles natürlich auf Deutsch ein. Den Code habe ich schon gescannt, ja, den QR-Code kann man einfach nur scannen und sich dann die App runterladen. Das lasse ich jetzt erstmal so, wie es ist. Das nehme ich auch schon mal ab. Jetzt zu den Armbändern noch, ich habe gerade gesehen, hier an der Seite, vielleicht könnt ihr das sehen, weil einer von den Pins muss ja zurückgezogen werden, damit der da einrastet. Das könnt ihr hier mit dem Finger hier und auf der anderen Seite hier auch einfach so mal zurückziehen, dran halten, loslassen. Also ihr braucht kein Werkzeug oder so. So, ich stelle das mal direkt alles ein und dann melde ich mich wieder. So, Armband ist dran. Das sieht auch wirklich sehr cool aus, wenn man das hier so dran macht. Aber wir wollen jetzt mal die Funktion testen, was der so alles kann. Sprache hatten wir schon, Reset, alles über, so könnt ihr es besser sehen, geht auch immer schnell weg. Über die Uhr, Language haben wir schon alles gehabt, dann müssen wir mal hier mit dem anderen mal probieren. Ah, jetzt kommen wir erstmal hier zu dieser Uhr. Ich gucke selber jetzt auf die Uhr, das sieht auch richtig stark aus. Orange, hier drin ist auch so orange. Den gibt es auch nochmal in schwarz. So, ich mache mich mal, wie gesagt, damit vertraut. Übungen gehen, laufen, wenn man da was haben möchte. Als Fitness kann man das natürlich, wenn man Fußball spielt, schwimmt, Bergsteigen und mehr. Okay, wenn man da weiter drauf drückt. Botschaften, keine Nachricht. Ah, ich muss den jetzt erstmal noch mit meinem Handy verbinden. Das war ein, okay, Sekundenzeiger geht auch. 9.42 Uhr, stimmt das überhaupt? Stellt er sich von alleine ein? Ich denke mal, der muss Verbindung hier mit dem Handy haben. Ich verbinde das mal und melde mich wieder. Und weil der sich dann ja komplett verbindet, wenn man läuft und so. Ich mache das alles mal, ob es relevant ist, um nachher über Bluetooth dann eben halt auch Texte zu empfangen. Angeblich kann man ja mit dem ja auch telefonieren. Kupplung. Koppeln. Jawohl. Jetzt hat er sich schon mit dem gekoppelt. Speichern. So, hier kann man dann auch nochmal die Schritte und so zählen. Herzfrequenz. Wow. Weil der hat ja hier hinten noch, ich weiß nicht, ob ihr das so sehen könnt, wenn man das hier drauf hat, dann kann man auch Puls und so fühlen. Ja, Bluetooth ist jetzt an, könnt ihr sehen. Ja, Montag, zeige ich dir auch an. Jetzt hat er auch die aktuelle Uhrzeit und so sich geholt. So, jetzt habe ich mir das mal dran gemacht, um euch zu zeigen, was der so alles kann. Habe mich mal so ein bisschen vertraut gemacht. Also man kann den einmal hier so nach oben, wegen den Nachrichten. Dann kann man den auch so zur Seite. Da hat man die Möglichkeit, im Teil, wenn man Herzfrequenz messen will, telefonieren will, nochmal drauf drücken, Moment. Immer mit der Power. Einziges, was mir im Moment nicht gefällt, dass er so schnell ausgeht. Wenn man noch ein paar Einstellungen machen will, kann man sich dann hier nochmal einstellen. Da, eben halt, je nach persönlichen Bedürfnissen kann man sich das eben halt alles einstellen. Ja, so sieht es aus, wenn man dann wieder so zurück geht. Herzfrequenz, das wäre mal interessant. Wenn ich mal drauf drücke. Oh, mein Herz schlägt 81. Das muss ich mal noch gucken, ob man das einstellen kann, dass er nicht so schnell weg geht. Man guckt da gerade erstmal drauf, dann ist es auch schon direkt weg. Ja, das klappt auch. Ja, wirklich eine schicke Uhr. Man muss sich eben halt damit vertraut machen, dass er alles Mögliche hat. So, ich habe noch ein paar Spielereien gefunden. Ich kann den natürlich hier auch einfach nur, damit ich immer, wenn ich auf die Uhr gucke, was habe, um zu sehen, wie spät es ist, kann ich mir den auch so einstellen. Oder ich habe hier noch so, wenn man hier zweimal drauf drückt, Moment, so, dann hat man hier auch noch die ganzen Symbole, was man haben möchte, anstatt so zu scrollen, zum Beispiel, ja hier mit dem Herzfrequenz, hatten wir ja schon, einfach nur mal dann antippen. Jetzt ist es weg. Und dann kommt man auch, anstatt so einzeln, einzeln rüber zu gehen, hat man dann die Möglichkeit, den nochmal mit den ganzen Symbolen, die kann man dann auch hier verwechseln, verrutschen. Und was man haben möchte, drückt man dann einfach drauf. Ich drücke jetzt mal einfach irgendwo drauf. Was ist das jetzt? Telefon suchen. Ah, jetzt sucht er da Telefon sogar. Okay. Ah, tatsächlich, der hat es gefunden. Ey, das ist doch schon mal gut. Ja, okay, ich habe es. Also das ist auch wirklich klasse. Manchmal hat man doch schon mal, man hat zwar das Handy da, aber das Telefon ist weg. Einfach drauf drücken und schon weiß man, wo das Handy ist. Jetzt mit den Nachrichten wollte ich nochmal gucken. Ich schicke mir jetzt mal eine Nachricht. Mal gucken, ob ich das dann auch hier dann lesen kann. Der ist jetzt nämlich leer. Ich schicke mir jetzt mal eine Nachricht. Leute, ihr könnt sogar euren Blutdruck hiermit auch noch messen. Auch nicht schlecht. Anstatt so ein Blutdruckgerät zu haben. Anschließend morgens, dann wisst ihr immer, was für einen Blutdruck ihr habt. Auch nicht schlecht. Ich hatte mich ja gerade gefragt, warum ich keine Nachrichten bekomme. Hier in der App könnt ihr Benachrichtigungen zum Beispiel hier von der Zulassen. Von wo ihr überhaupt Benachrichtigungen erlauben. Nachrichten, ja, will ich auch haben. Zulassen. Telefon auch zulassen. Dann habt ihr noch Facebook. Dann habt ihr noch, öffnen sie Telefon erlauben, das in der Zeit erlauben. Ja. Muss man noch alles einstellen. Ob ihr von Instagram, von WhatsApp, was weiß ich. Alles, was ihr so habt. Von Facebook. Meinetwegen von Facebook will ich auch Informationen haben. Und hier muss ich dann alles dann freigeben. Und dann müsste das auch gleich klappen. Probieren wir natürlich alles aus. Ich werde immer besser, Leute. Ich komme mit der Uhr jetzt richtig klar. Da vorne habe ich das Handy. Sagen wir mal, Handy wäre jetzt in einem anderen Zimmer. Und jemand wird mich anrufen. Ja, machen wir jetzt mal. Und es klingelt auch schon direkt hier. Man kann auch schon direkt sehen, wer anruft. Mehmet Oe ruft an. Und dann könnte man theoretisch auch mal gucken. Ja, hallo. Ja, hallo. Ah. Das klappt auch. Man kann also auch damit telefonieren. Wunderbar. Entweder laut sogar mit Lautsprecher. Hört ihr mich? Hört ihr mich? Ja, klappt. Ja, wunderbar. Ja, wunderbar. Und wenn man dann auflegen will, einfach nur auflegen. Fertig. Da hinten ist es auch weg. Wunderbar. So Leute, ich habe noch was Schönes entdeckt. Und zwar hier in der App. Da gibt es ganz viele verschiedene Designs, wie ihr sehen könnt. Und das könnt ihr auch sofort mit einem Tastendruck, wenn ihr, ich habe ja das hier gewählt gehabt, wenn ihr das haben wollt zum Beispiel, dann drückt ihr da drauf und schon habt ihr das auf der Uhr. Wenn ihr das haben wollt, auf der Uhr. Ich nehme wieder meins. Das gefällt mir so gut hier. Ist alles dabei. Kann man alles sehen. Nochmal drauf drücken hier. Herzfrequenz und wie viel man schon gelaufen hat und so was alles. Und wenn man irgendwann mal was anderes haben möchte, dann geht man einfach da hin und sucht sich eins aus und hat dann das hier. Wirklich toll. Ja, und laden könnt ihr die Uhr mit dem mitgelieferten Kabel. Der passt auch nur in eine Richtung. Ja, und so wird es dann geladen. Ja, auch nicht schlecht. Wäre schön natürlich, wenn sie das mit so einer C-Buchse machen könnten. Dann könnte man direkt mit dem Telefon und so. Aber die haben das so gelöst eben halt mit diesem Kabel. Da muss man eben halt aufpassen, dass man den nicht verliert. So wird es mit Magnet aufgeladen. So, ich hoffe, das Video hat euch Spaß gemacht. Und die Uhr natürlich auch. Ich trage sie mit Begeisterung. Den Vorteil habt ihr ja gerade schon in dem Beitrag gesehen. Aber ich zeige es euch auch noch einmal. Wartet. Nehmen wir mal an. Ihr seid gerade so schön am Fahren. Ich mache mal hier. Nochmal einen Moment. Wartet. So, ihr seid so schön am Fahren und ihr bekommt eine Nachricht. Anstatt Lenkrad verlassen. Egal mit links oder mit rechter Hand. Handy in der Hand nehmen und gucken, wer was geschrieben hat. Braucht ihr nicht. Ihr könnt es hier schon direkt ablesen. Und als gelesen markieren. Einfach nur mit der anderen Hand. Einfach so drauf. Geht jetzt nicht, weil ich am Filmen bin. Einfach mal wegdrücken. Ja, und man hat immer direkt entweder die digitale Uhr. Oder wenn man das eben teilt, könnt ihr euch aussuchen, was für ein Muster ihr habt. Und könnt dann alles ablesen. Das ist auch nochmal ein Vorteil. Und sogar Telefongespräche entgegennehmen. Einfach nur mit einem Knopf. Ihr habt Hand immer noch am Lenkrad. Ihr habt nichts in der Hand. Und könnt trotzdem reden. Wunderbar. Oder? Wie gesagt, nicht nur für Busfahrer oder allgemein LKW-Fahrer und so. Ist einfach ganz gut. Oder wenn ihr Sport treibt, sowieso. Der zählt auch genau die ganzen Schritte. Herzfrequenz, Muskel und alles mögliche. Kann man mit diesem Armband hier machen. Wie gesagt, nicht nur um Zeit abzulesen. Auch um andere Dienste zu erleben. Das Teil, wie gesagt, unter 100 Euro kriegt ihr das. Und natürlich auch noch mit dem Link, den ich hier unten habe. Ein Monat gültig. Na ja, dann zuschlagen. Bis dann. Euer Mehmet Ue. Uhr wieder weg. mythology. log scenes. Was soll das hier do ist, sind wir hier. Wie gesagt.